Hertha BSC und der SC Paderborn trennen sich 3 zu 1. Die Hertha gewinnt zu Hause gegen Paderborn. Und ich würde sagen, sie haben heute gewonnen, weil sie nicht nur ein gutes Spiel gemacht haben, sondern weil sie am Ende des Tages einfach kaltschneutziger waren. Es war Tabakovic, wer auch sonst, der die Hertha mit 1 zu 0 in Führung gebracht hat. Und ob verdient oder nicht, Paderborn hatte am Anfang der Probleme, vor allem am Anfang des Spiels, würde ich sagen, Probleme, gerade ihn in den Griff zu bekommen. Es war dann Kenny, der kurz vor der Pause in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2 zu 0 machte. Und es schien, als ob die Hertha das locker irgendwie über die Zeit bringen könnte. Allerdings hat man das Gefühl gehabt, Anfang der zweiten Halbzeit, dass die Hertha noch ein bisschen verschlafen war. Denn es war Muslija, der in der 47. den Anschlusstreffer zum 2 zu 1 machte. In der Folge die Hertha aber anscheinend wachgerüttelt. Und es war wieder Tabakovic, der wieder auf 3 zu 1 stellte in der 54. Minute. Der alte Abstand war wieder hergestellt. Weil Paderborn hat zwar noch einige Chancen gehabt, hat diese allerdings nicht nutzen können. Und so hat die Hertha das dann über die Zeit gebracht. Und würde ich sagen, vielleicht nicht die meisten Chancen gehabt. Aber wenn du so kaltschnäuzig bist und das so gut wegverteidigt kriegst, dann hast du es auch irgendwo verdient zu gewinnen. Und deswegen, super Spiel von der Hertha. Respekt. Vielleicht ist jetzt wieder der Aufwärtstrend da. Paderborn ist sowieso so eine Wundertüte dieses Jahr. Aber trotzdem soll das die Leistung von der Hertha nicht schmälern. Ein toller Sieg und ein tolles Spiel. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video. Und ciao. Haut rein.